I wish you had my imagination So und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar diesmal zu der sehr 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 oft in der Zeit gestellten Frage im Sinne von Lohnt es sich Monster zu fusionieren für Skillups? Und so gesehen kommt hier mein Video Guide, meine Antwort, meine Meinung dazu, wie ich es machen würde Und zwar, die erste Aussage die ich euch gebe ist, ja es lohnt sich, aber, um was ist das große aber? Und zwar, sagen wir mal ihr habt einen Lucian gepullt und so weiter und ihr wollt gerne den Feuer Joker die ganze Zeit euch fusionieren Denn ihr wollt einen Lucian Skill upen und ähnliches Was ich jetzt nicht machen würde, ist meinen kompletten Progress Oh, mein Game stürzt ab, nevermind Was ich nicht machen würde, ist den kompletten Progress auf das Fusionsmonster zu legen Im Sinne von, okay, ich tue jetzt den ganzen Tag Secret Dungeons farmen Ich tue den ganzen Tag Szenario farmen, bis ich dieses Fusionsmonster bekomme, was ich brauche Ähm, das würde ich euch nicht raten Aus dem Grund, weil ihr dadurch irgendwie, wie ich finde, sehr viel Progress verliert, weil Ähm, nur gezielt Secret Dungeons spammen, farmen, suchen Ähm, ist einfach der Aufwand nicht wert, wie ich finde Der Fall macht dann, wenn der Secret Dungeon offen ist, die, ähm, wirklich zu farmen Die Teile zu farmen und so weiter und so weiter Ähm, finde ich, solltet ihr besser die Energy ausgeben für zum Beispiel Chaos Dungeon Für, für, für Raid oder irgendwas, dass ihr da so gesehen, ähm, weiterkommt Ähm, deswegen, wie sollt ihr es, oder wie würde ich es, wie gesagt, meiner Meinung nach machen Ähm, auch aufgrund des mit dem Szenario Level und so weiter Gehen wir mal davon aus, ähm, wo haben wir denn einen Szenario Monster Ich glaube, bei Barrow Moss gibt es eins, nämlich, ähm, den Lizardman Sagen wir mal, ihr wollt euch hier den Argent füsen, weil ihr wollt euren Werdeskill upen Ähm, mit der ersten Fähigkeit, dass ihr irgendwie mehr Schaden macht Oder, nehmen wir ein besseres Beispiel, ihr habt den Dark oder Light Vampire gepullt Und wollt ihn skill upen, ja Deswegen, ihr wollt ganz viele Vampire haben, um den zu skill upen Und ihr seht zum Beispiel hier, den, ähm, Wind Lizardman und Wind Minotaure Den Wind Lizardman gibt es in der Secret Dungeon Und den Wind Minotaure gibt es in Chiruka, glaube ich, zu farmen Ähm, deswegen Jetzt die ganze Zeit die Chats zu stalken Zu gucken, wer poppt die Lizard Dungeon auf Den Typen zu adden Dann die Secret Dungeon zu farmen in der Zeit und so weiter Ähm, oder auch in Chiruka Dann da mit Monstern durchlaufen Ähm, bis ihr irgendwie vielleicht mal nach irgendwie 60, 70, 80, 100 Runs Vielleicht mal ein Minotaurepult Ähm, ihr könnt zwar nebenbei Leveln Aber Ich, ich, ich find's nicht so Prickeln, muss ich geschehen Ihr könnt's machen Aber wie gesagt, ihr wollt ja meine Meinung hören im Video Deswegen meiner Meinung nach Würde ich's nicht empfehlen Weil ich die Energy dafür anderweitig aufbringen würde Und vor allem zwecks Experience Es auch andere Series gibt, die mehr Experience geben Es sei denn Ihr schafft Chiruka auf Hell Die Sache ist, wenn ihr ganz viele Raps habt, die Chiruka auf Hell schaffen Alleine Dann, dann okay Ja, aber in den meisten Fällen Habt ihr dann nicht so viel, die Chiruka das schaffen Wirklich Weil ich find Chiruka Solo und ist ziemlich schwer Geht schon, aber ist ziemlich schwer Deswegen lieber wirklich für reine Experience Farm Action Irgendwie Aiden Forest oder sowas machen Das geht auch schneller vor allem Und gibt nur ganz wenig, ähm, weniger Experience als Chiruka Ähm Deswegen, was ich euch raten würde ist Macht keine Secret Dungeon Tut nicht im Zerar gezielt die Monster farmen Sondern Spielt das Game ganz normal weiter Macht Kairos Dungeon Macht euer TOA Zeug Macht Raid Macht Rift Dungeon Reappraisal Stones Macht die Daily Quests für die Essenzen Farmen und so weiter Spielt das Game ganz normal weiter Aber Wenn ihr zum Beispiel euer Daily Summon macht Ähm, im Sinne von Dass ihr Irgendwie Wenn jetzt ein Net5 kommt Ich schreie, ey Okay Ähm Dass ihr so gesehen eure Daily Summons macht Dadurch Three Star Monster auch ab und zu bekommt Oder auch durch Unknown Scrolls Welche ihr bekommen könnt Ähm Sammelt Also merkt euch die Monster Von den Ähm Monstern, die ihr fusionieren wollt Und sammelt die Deswegen Wenn ich jetzt irgendwie den Wind Minotaurer gepullt habe Aus einem Mystery Scroll Dann hebe ich den so gesehen auf Lock den von mir Oder tun den Storage Und weiß Okay Ich hab den Deswegen Ich brauch jetzt nur noch Ähm Den Lizardman Die Pixie Und ähm Die Living Armor Und sobald ich so gesehen aus Unknown Scrolls Und Mystery Scrolls Diese Monster habe Dann Würde ich sagen Lohnt es sich die zu leveln Und dann zu awaken Und so weiter und so weiter Das Ding ist Ihr habt zwar dann trotzdem Den kleinen Progress Im Sinne von Leveling Und auch Essenzen Farmen Und so weiter Um das zu awaken Aber Ihr habt nicht mehr dieses Grind Im Sinne von Secret Dungeons Grinden Szenario Grinden Für diesen einen exakten Drop Ähm Deswegen Will ich euch nicht raten Ich meine Was ihr machen könnt Bei Monstern Die es auch im Szenario gibt Abgesehen aus von Minotaur Das ist ein schlechtes Beispiel Weil der wie gesagt ein Chiruka ist Aber wenn es welche gibt Die vorher im Szenario sind Und ihr habt zum Beispiel Schon drei Monster Könnt ihr überlegen Dass ihr Während ihr Das eine Monster aus dem Szenario Euch farmen wollt Was droppt Die anderen drei Monster Für die Fusion Schon parallel levelt Oder so Das könnt ihr machen Aber wirklich nur gezielt Reihen und das Monster Zu farmen Würde ich euch nicht raten Deswegen ich versuche immer Wenn ihr irgendwie Energy Energie ausgibt Oder Zeit investiert Oder ähnliches Versucht Das so produktiv Wie möglich zu machen Und nur Secret Dungeons Farmen Oder nur auf das Monster Im Szenario hoffen Finde ich zu wenig Wenn ihr zum Beispiel Auf das Monster hoffen könnt Und nebenbei Eure Fusionsmonster leveln könnt Ist das einfach viel mehr Oder ihr macht Chaos Dungeon Farmt bessere Runen Werdet besser im Game Und droppt Ne anderen Scroll Und bekommt aus der Dann das Fusionsmonster raus Für euren Skill Up Finde ich Ist das viel Effektiver Deswegen Das war wie gesagt So meine Meinung Dazu Ob man gezielt Die Skill Ups Sich farmen sollte Oder nicht Deswegen könnt ihr auch gerne Mal eure Kommentare Hier reinschreiben Im Sinne von Was ihr am produktivsten findet Findet das war wie gesagt Meine Meinung Dazu Deswegen Ja Lohnt sich Aber Unter bestimmten Voraussetzungen Nur Ach ja Was ich auch noch sagen möchte Vielleicht an der Stelle Ist Es lohnt sich auch wirklich Erst ab Ich würde sogar sagen Anfang Late Game Oder so erst Weil das Ding ist Ihr müsst ja auch Die Essenzen farmen Und wenn ihr zum Beispiel Im Early Game seid Und ich hatte heute Einen am Stream Der hat dann gesagt Ich habe gerade Bretter fusioniert Für TOA Ich schaffe gerade Giants 10 Soll ich jetzt Bretter 5x 10x Fusen für Skill Ups Dann habe ich ihm Erstens gesagt Okay Bretter braucht keine Vollen Skill Ups Für TOA Normal Deswegen Es wird erst ab TOA Hard interessant Und vor allem Wenn ihr im Early Game Oder auch Mid Game Status seid Wo ihr so gesehen Lieber eure Giants Monster Euer TOA Normal Team Oder vielleicht sogar Euer Dragons Team Runen wollt Und 6x dann wollt Verschwendet nicht Euer gesamtes Leveling Potential Ähm Irgendwie für Skill Ups Deswegen Andere Monster Zu Leveln Für diese Skill Up Monster Ja Das wollte ich euch Gerade noch Mit Auf den Weg Geben In dem Sinne Wie gesagt Das war es Jetzt wirklich Von dem Video Deswegen Vielen Dank Was zugucken Ich hoffe es wäre Hilfbar für euch Und ansonsten Sehen wir uns Am nächsten YouTube Video Oder am nächsten Stream Macht es gut Und Ciao Ciao